Einmal herzlich willkommen zu diesem Video und zwar geht ihr auf den Fit mit dem Fabi. So, das ist wichtig eigentlich, dass ihr die letzte Folge angeguckt habt, weil das hier von der zweiten Halbe hängen auch immer noch beim Rennen hier. Äh, ja, genau. Ja, Leute, wir sind wirklich hier. Es ist da. Es ist ein Mäusenmelken, Leute. Scheiße. Digga, Ozzy, wie hast du dich wieder hier durchgeglitscht? Nix, Klitsche, in Fahrrad, drei, vier, Gas geben. Es kann doch nicht, was ist nicht machbar aussieht. Klar, wo hängst du denn? Ich weiß ja noch mal, wo du hängst. Mit diesem Boost-Dicken. Ach so. Hä, wo du von da weit oben da runter springen musst oder was? Jaaaa! 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 Jaaa! Beim Boost musst du aufpassen, da musst du gegen Lenken. Jaaa! Jaaa! Sonst tipp vom Fachmann. um von zehn versuche komme ich einmal auf den bus ich bin einmal auf den bus gekommen, der bus hat mich gar nicht gestört eigentlich doch, Digga, da ist eine unsichtbare wand da ist auch eine unsichtbare wand, alter ich schwöre die, ja, das siehst du denn in meinem video ich weiß nicht, ich bin immer weg ich hab' ich gesagt, dass ich deinem videos anschaue was heute behauptet hab ich das gesagt, Tofi hab ich das gesagt ja, genau, ich hab's endlich geschafft, endlich genau gegen diese scheiße von der Klipper ja was ist hier, was ist hier Saft was müssen wir hier machen, Leute das ist doch einfach zum Mäuse verkoksen hier, alter ja, das ich will gerne sehen, Mäuse verkoksen diese scheiß Barriere da, alter wenn die nicht wäre, das wäre richtig easy, wenn diese Kacke da nicht wäre naja, vielleicht nicht richtig easy, aber deutlich einfacher ja, jetzt hängen wir gleich wieder am gleichen einfach, Favi ist eine Runde hin was? das ist doch schön, das sind wir alle drei zusammen was? so, dann bleiben wir alle und dann 20 Minuten pippeln wir hier noch rum und dann nee, das hast du schon 13 jetzt hast du schon 13 ich wollte ja mittlerweile sollten wir da du wurdest voll aus sein überholen hä? ich hab den Checkpoint bekommen abfahrt ja genau, Junge er hat sich wieder drückend danke, Fabi, du hast gesagt, du hast jetzt schon nicht aufgefallen oh, Fabi ist ruhig was ist denn los? er hat so netz, er hat so einen Spickfunk gestürzt der ist ja auch das was ist denn passiert, Fabi? alles gut? alles gut bei dir? vom Checky ist auch gleich bei dir, also bist du dann nicht mehr alleine? was? ab der Kacke, dieser Ballrate hey, du hast echt nicht zufrieden ich weiß, ey, ich weiß nicht hey, aber ich weiß nicht, wie ich sich ein Checkpoint bekommen bekommen solle ich man, jetzt häng ich dir den Scheiß oh ja man, es gibt keine Tastung, wo man so ein Checkpoint skippen kann doch, probier mal, alter vier probier ich gleich aber wirklich mal, alter Ja, 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 ja. Nein. Das ist ja ganz einfach, Toppie. Äh, noch zwei, drei Mal, Leute, und dann haben wir's. Jetzt hätte ich noch ein bisschen blicken. All right. Blicken, verfassen, all right, genau. Ja, genau. Oh, oh. Haben wir doch auch nach einer kurzen Zeit geschafft, Leute. Was ist denn hier nur Sache? Jetzt geht auch wieder gegen diesen verkorksten Arbeiter. Alter, es kann doch nicht wahr sein. Können wir was anderes spielen? Ich hab keine Lust mehr. Ich weiß ja nicht, wer GTA vorgeschlagen hat, also in... Schweizer. Also, genau. Ja, du wolltest das machen. Also, ehrlich gesagt, wir hätten so eine paar Wolken. Ja, ich hab ihn. Das hat noch ne Meisterleistung ausgesucht. Ja, das sah so aus, ne? Ich weiß aber leider nicht. Ja, das sah so aus, ne? Ja, das sah so aus, ne? Ich mein, könnte man gedacht haben, aber... Ja, ich hab ihn. Hui. Ja, venga, ich hab ihn. Jetzt hat er... Au! Ja, komm, komm. Als ob wir jetzt als Bein nicht anlüsen. Ja. First Strike! First Strike! Aber absolut nicht. Dann isst du ein Besen! Das war alles andere außer First Strike! Das war alles andere außer First Strike! Dann hättest du ein Besen gekriegt. Ne. Ah! Ja, da wo ich weiß, da ging, hab ich auch geschafft, vor allem die ganze Zeit. Tante. Ja, er hat sich wieder durchgeteatet. Ja, das war... Und schon... Weißt du, ich... Ich komm genau da auf, wo Orsi aufkommt. Und er schafft's an dem Punkt und ich nicht. Warum? Das ergibt absolut überhaupt keinen Sinn. Doch. Doch. Nein, es ergibt keinen Sinn. Doch, 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 doch. So. Wenn ich den Sprung jetzt schaffe, dann ist das einzige Schwere nur, dann ist er halt... Ich hab ihn! Hä? Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich ihn hab! Ich hab ihn bekommen, während ich gesprungen bin! Ja, das ist so. Es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht! Ja, Fabi, das hast du jetzt schon das Fünfmal gesagt, dass es keinen Sinn macht. Ah, leck mich doch mal. Nein, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden! Nee, Tropfe willst du auch mal den Perkurs hier? Richtig, so, alright, abfahrt hier. Mein Tropfe da ist, wo zweite Runde ist, dann hat er alles gesehen. Dann hat er alles gesehen gehabt. Bist du schon ein Männer? Ich will, alright, ich hab gekackt. Leck mich doch am Arsch. Ja, aber du kannst eigentlich nicht beenden, oder? Nein, nein. Nein, komm. Nein. Es ist soweit jetzt hier. Aber ich doch, ich könnte ja eigentlich anfangen. Dann kannst du uns suchen. Das stimmt. Gute Idee. Weil zwei ins Ende müssen. Ja, genau. Weil zwei beenden müssen. Ja, gut, aber klar. Guck mal, Tropfe hängen. Hat sich da Ossi wieder durchgeglitscht, Digga. Gart, was? Das war mir nicht ins Können. Leck mich doch, Mann. Tropfe, wo bist du? Warte nur auf das Scheiße. Oh, jetzt ist was abgestürzt. Was? Au, 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 au. Eieieieiei, topfi, topfi, topfi. Ja, guck, und zack. Da bist du abgestürzt. Ist doch so, so, so lächerlich. Ja, bei dem häng ich aber auch, weil immer so... Ja, in den Kanten aber drin ist. Ja. Kann man doch nie... Kann das eigentlich nicht so schnell sein. Ja. Ja, du brauchst Schwung, weil... Wenn du zu langsam bist, dann ist auch... Ja, aber ist hier noch wer hoch geht. Da überdreht er sich. Ja, ist aber auch nicht. Der hat halt Null gerüptet. Fragen. Das ist auch richtig scheiße zum Schluss. Da musst du wirklich den Eis nicht gehen, sonst fliegst du drüber. Erst acht Minuten. Also das heißt, wenn es gut geht, machen wir noch was, Leute. Ja. Davon trotten. Mann! Ja, wenn wir es einfach anfangen, dass wir mal ins Ziel kommen. Ne, wenn Fabi das erste Mal durch ist, dann bist du gut. Ja. Oder du halt ins Ziel kommen, so. Nicht überdrehen, nicht überdrehen, nicht überdrehen, nicht überdrehen, nicht überdrehen! Hast du nicht gesagt, du kannst sowas? Ja, habe ich. Ah, okay. Aber das ist doch nur noch mal zu. Aber nimmst du auch zu wenig Anschwung? Ich hab mir mal voll Anschwung genommen. Ja, weil das eigentlich so funktioniert... Bin ich denn jetzt hingeflogen? Guck mal hier, ich bin ja eigentlich schon... Pfff! Ha! Der Auto ist aber zu tief. Der Auto ist zu tief. Ich habe es einfach zu tief gelegt. Ja, genau. Das ist bei mir passiert, wenn ich immer so gefahren bin. Das muss ich immer voll Anlauf nehmen. Wo denn? Bei einem WarRide. Bei einem WarRide. Nein, das wäre bei einem WarRide. Bei dem, wo es so hoch geht. Ich hab den WarRide gar nicht, weil mein Wagen so tief gelegt ist, dass ich da einfach rausgeknifft werden. Ja, der ist ja komplett einfach. Ja, ich werde aber die Zeit rausgeworfen, weil mein Wagen so tief gelegt ist. Du bist ein bisschen in die Schräglabe. Ja, also. Ich werde bis gerade fahren. Hoch, 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 lenken, lenken, lenken. Ne, wenn ich lenke, dann überdreht er sich. Ja, musst du trotzdem lenken, sonst ist das noch schön zu abzulegen. Ja, der überdreht sich aber dann. Sobald ich anfange zu lenken, überdreht er sich. Ja. Ja. Ja, der letzte ist dann zu gut. Nichts denn. Probiert, Leute, aber. Lenk, lenk, lenk. Ja, ich lenke, ich habe gelenkt. Ah, topf, topf. Lenk, lenk. Nein, 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 nein. Also, ja, schon ein bisschen. Nei, nein. Ja, gute Brände. Nein. Also, ja, schon ein bisschen. So ist das zu hoher, dass er die Kante nur vorhin hat. Aber das... Ja, gut. Ich habe zu tief, aber sonst kommen auch so Kanten. Mann. Diese habe ich diesen Tag genommen, Walter. Das ist auch gut. Ja, jetzt sieht es so gut aus. Werdes zu lenken? Werdes zu lenken? Ah, ich hab nicht gelenkt. Ja, ich hab's nicht gehört, aber das hat passiert. Jetzt kann ich Pause drücken. Habe ich gesagt, du sollst lenken? Nein, also... Ich hab aber nicht gelungen. Komm, Junge, warum krieg ich den Checkpoint denn jetzt nicht mehr mit Glitches, Midgets? Äh, Checky, hast du das jetzt voll einfach, weil du schon hattest? Alter, Checky, was... Komm, komm, Junge, komm, nimm ihn jetzt! Schlecht. Schlecht, halt auch Checky, schlecht. Ja, darum überdreht er sich so heftig. Hast du nicht gesagt, du kannst es jetzt voll gut, weil du ja schon da warst? Hab ich das gesagt, ne? Ja, doch, hast du... Heppa, 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 Heppa... Kannst du aufdecken? Oh! Ah! Ich hab' bis jetzt weitergekommen. Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer! Ein, oh, vor zwei, Busfahrer! Aber wo bist du denn jetzt hingebauen? Alter, ich... Der ist wirklich zu tief gelegt. Höhe! Ich sollte Wagen demnächst höher legen, nicht mehr tiefer legen. Also, Wabi, du passest... Wabi, Alter, komm! Ich weiß nicht, jetzt bin ich weitergekommen, jetzt geht der an der nächsten Ecke raus, Alter! Entweder hebel ich... Entweder überdreh ich mich, oder ich hebel mich an irgendeiner Kante aus! Hebel, hebel! Ich weiß nicht, ich aushebel! Es ist so zum Kotzen, Alter! Warum hab' ich alle Wagen tiefer gelegt? Tja, ich hab' meinen Tapsaunstiefer gelegt! Boah, das mit dem Tapsa fahren! Ja, das wär' wahrscheinlich super easy! Ja... Das Gas geben, doch! Ja, war voll Gas! Voll Gas, das geht nicht! Doch, Knall Gas! Ja, der knallt doch! Komm, klom, 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 klom! Ja, ja, schon! So, wir müssen es hochlegen, kennst! Ja, ich hab' den, Mann! Ja, Mann! Ich schreibe ab bei dieser Seite! Topf, wie schreibe ich dich an? Jakey, was los, du bist so still! Lenken! Alles gut, super, fast! Fertig! Mann, Jakey, wann schaffst du das eigentlich? Was kannst du? Ja, Junge! Ich hab' dich schon überrundet, weißt du? Schon noch gar nicht! Dann hast du mich nicht überrundet! Ich hab' den, Mann! Manchmal kommt man weiter, manchmal kommt man nicht weiter! Ja, das sehe ich ganz genau so! Ja, ich muss halt gut fahren! Schau mal, ich muss das erstmal Fahrstuhl bei mir! Mann! Ich will nur noch das Auto! Dann wären wir 40 Minuten! Halt! Scheiß! Können wir nicht mehr händen! Nein! Jetzt ist es so viel schaffen! Wir sind nicht mehr weiter eigentlich! Zwei, drei Schränke! Hast du es gepackt, Topfee? Nein! Ich krieg so ab bei dieser Scheiße! Nein! Weil dann komme ich über die... Das sind ja diese zwei grünen Container, dass du höher kommst, ne? Ja! So, da komme ich dann... Entweder komme ich nur bis dahin, oder ich hab's geschafft und komme dann höher! So! Und dann hebelt er sich aber entweder aus, oder ich geh zu... oder ich lenke hoch, aber überdreh mich! Ja, aber... Es ist noch nicht... Ach! War nicht mehr cool in den Zuschauern alles zu zeigen, wo... Ja, ja, ja! Nein, nein, nein! Nein, nein! Außer wir machen hier ne Pause, und dann... Kannst du ja grad einfach machen! Was? Kannst du ja einfach ne Pause machen, oder? Und dann weiter machen, dann... Wenn du es geschafft hast! So, geht das! Wir machen kurz ne Pause, Leute! Alter, ich kack so ab mit diesem Scheiß! Was? Was? So, der Topf wird jetzt aufgegeben, leider! Wartes, jetzt schau ich zur Folge auf, wenn ich weiterkomme! Ja! Du bist erst gestehen in der Zeit 30 Minuten! Das... Ich bin ja so traurig für so ne kurze Strecke! Alter, gut Geld gebracht! Oh, fast der Aufstieg! Äh, ja! Ich würd' sagen, das war's mit der Folge! Für euch die Folge von anderen, das sind Dormiche! Schaut auf jeden Fall selbst mal vorbei! Bis dann, hab' einen Traum auf den Tag! Und, ja... Ciao! Püüß! Ja, gut, Jiggy, ich wär' nur noch da...